Wenn wir müde sind, dann legen wir uns hin und fühlen uns am nächsten Tag viel besser. Wenn Sie unter einem Erschöpfungssyndrom leiden, dann liegt es nahe, sich durch längeres Liegen ähnlich zu erfrischen. Danach sind Sie wieder belebter, besser drauf. Müsste nicht bei sehr großer Erschöpfung noch längeres Liegen, 2-3 Tage, 2-3 Wochen, 2-3 Monate, dann perfekt sein? Ja, klingt irgendwie logisch. Und außerdem, wenn Sie richtig erschöpft sind, was bleibt Ihnen anderes übrig, als zu liegen? Aber stimmt's auch? Hilft längeres Liegen tatsächlich besser als kurzes? Warten wir's ab. Wir wollen es im Folgenden anschauen, was anhaltende Bettruhe, längeres Liegen für Konsequenzen hat. Schauen wir uns zunächst die Studienlage an. Was ist bekannt? Wir haben das Glück, dass diese Frage des Langzeitliegens durch Studien mittlerweile sehr gut belegt ist. Der Grund liegt in der Raumfahrt. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal überraschend an. Ein kuscheliges Bett ist wohl das Letzte, was Astronauten brauchen. Und außerdem sollten Sie doch möglichst viel bewegen. Astronauten müssen täglich mehrere Stunden lang Sport betreiben. Und dennoch, im Grunde genommen liegen sie immer. Denn ohne Gravitation befinden Sie sich in einem Zustand ähnlich wie im Wasser. In einem Zustand, der an das Liegen erinnert. Im Grunde liegen also Astronauten selbst dann, wenn sie aufrecht stehen oder Sport machen. Im Weltraum und im Liegen tritt nämlich eine starke Kraft nicht oder weniger auf, die dauernd auf uns wirkt und gegen die wir ständig Arbeit leisten müssen. Es ist die Anziehungskraft der Erde, die Schwerkraft. Es ist eine Beschleunigungskraft, die Sie nicht nur in den Boden fesselt, sondern die ist richtig anstrengend. Das ist eine Sportart, auch wenn sie nicht als solche wahrgenommen wird. Dauerliegen wird als Simulation für den Raumflug genutzt. Meist wird das Bett noch ein klein bisschen nach hinten gekippt. Das ist besonders gemein. Solche Langzeit-Liege-Experimente werden an sportlichen, gesunden, jungen Männern gemacht. Sie müssen dann nichts weiter tun als liegen, liegen, liegen. Ziemlich langweilig. Aber so kann gemessen werden, bis sich der Körper allein durch die geringere Schwerkraft verändert. Man spricht von Mikrogravitation. Ein bisschen Gravitation ist ja noch vorhanden. Das Gute, wir können so isoliert sehen, was es bedeutet, von der Arbeit gegen die Schwerkraft und entlastet zu werden. So, und jetzt wollen wir uns einige Ergebnisse dieser sogenannten Bad Rest-Studien anschauen. Wir beginnen mit einer Übersichtsstudie zur kardiovaskulären Leistungsfähigkeit, gemessen am VU2 Max. Das ist die Sauerstoffmenge, die Sie pro Kilogramm Körpergewicht maximal aufnehmen können. Sie hängt im Wesentlichen vom Trainingszustand, das heißt der Masse der Muskeln ab. Je höher, desto besser. Ein durchschnittlicher junger Mann hat so um die 40 VU2 Max und bis zum Rentenalter geht das auf 30 zurück. Frauen ein bisschen weniger, ungefähr 8 Punkte. Was macht nun das Dauerliegen? Die Sauerstoffaufnahme geht dabei Tag für Tag um 0,4 Prozent zurück. 0,4 Prozent? Hört sich gar nicht so schlimm an. Aber da sind Sie in 20 Tagen schon 10 Jahre älter geworden, wenn Sie sich die Normwerte ansehen. In einer anderen Studie folgt die Abnahme der Fitness der gleichen Formel. 16 Prozent. Da wurde mal kurz in sechs Wochen aus einem 20-Jährigen ein 50-Jähriger. 30 Jahre älter in sechs Wochen. Und noch schlimmer sah es mit der Gesamtmenge der Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zellen aus, die waren nach sechs Wochen um 28 Prozent reduziert. Kommen wir jetzt zum Kreislauf. Sie wissen vielleicht, dass viele Patienten, die lange liegen müssen, auch unter einer posturalen Träkardie, kurz POTS, leiden. Da schießt der Puls im Stehen nach oben, da wird das Stehen vermieden. Wenn Sie nicht stehen müssen, weil Sie die ganze Zeit liegen, dann nimmt diese orthostatische Toleranz ab. Nach längerem Liegen entwickeln Sie so POTS. In einer anderen Studie der Europäischen Weltraumorganisation mussten gesunde Probanden 60 Tage liegen. Neben dem üblichen Muskelverlust wurde eine sogenannte Insulinresistenz begünstigt. Das heißt, die Stoffwechsellage bewegt sich in Richtung Diabetes und außerdem stiegen die Fette an. Was passiert mit dem Gleichgewicht? Nun, überraschenderweise, auch das wird schlechter und zwar offenbar unabhängig vom Muskelabbau. Das kennen viele Menschen, die nur kurz gelegen haben. Sie bekommen Schwindel, wenn sie wieder aufstehen. Wie sieht es jetzt mit der geistigen Leistungsfähigkeit aus? Die Teilnehmer konnten reden, lesen, Medien konsumieren. Da sollte doch eigentlich nichts passieren. Tut es aber. Die kognitiven Fähigkeiten wurden schlechter und die Stimmung ebenfalls. Denken Sie daran, diese jungen Männer wurden fürs Liegen bezahlt. Sie taten es freiwillig. Stellen Sie vor, sie werden aus Krankheitsgründen gezwungen, so zu liegen. Da dürften die emotionalen Auswirkungen ungleich schlimmer sein. Und ebenso wurden die Gedächtnisleistungen schlechter, wie diese Studie gezeigt hat. Wenn man lange liegt, dann kommt es irgendwann zur Ausscheidung von allen möglichen Substanzen. Hier wurden die Elektrolyte untersucht. Die wurden nach einigen Tagen vermehrt ausgeschieden. In einer weiteren Studie wurde tief in das Zellinnere geschaut. Nämlich, wie oft die Zellen auf das Genom zurückgreifen und mRNA produzieren. Das zeigt an, wie aktiv sie sind. Also wie aktiv sie neue Stoffe produzieren, auf die Umwelt reagieren, neue Enzyme herstellen usw. Nach 90 Tagen Bettruhe war über 90% des sogenannten Transkriptoms beeinträchtigt. Und das ging auch nicht weg, wenn die Teilnehmer weder auf den Beinen waren, sondern hielten lange Zeit danach an. Ich habe bereits die Mitochondrien erwähnt, diese Kraftquellen der Zelle. Auch diese nehmen während der Bettruhe ab. Wäre es nicht denkbar, diesen Abbau zum Beispiel durch den Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln zu begrenzen. Das machen ja viele Betroffene. Das wurde in einer anderen 60-Tage-Studie versucht. Das Ergebnis war negativ. Das funktioniert überhaupt nicht. Das wäre im Grunde genommen auch sehr erstaunlich gewesen. Denn, wie Sie sehen, das ständige Liegen bedeutet, wir müssen uns nicht mehr mit der Schwerkraft auseinandersetzen. Und ohne Gravitation fehlt der Stimulus, Kreislauf und Muskeln weiter aufrechtzuerhalten. Was also nicht gebraucht wird, das wird abgebaut. Muskeln, Herzkreislauf und die entsprechenden Stoffwechselprozesse in der Zelle. Wenn Bewegung und Schwerkraft aufgehoben sind, dann ist es einer der schwersten Eingriffe in unser biologisches Leben. Das lässt sich nicht durch die Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln aufhalten. Selbst wenn es die Tätigkeit der Mitochondrien irgendwie begünstigt. Der Körper passt sich einfach in das Liegen an. Was nicht gebraucht wird, wird entfernt. Use it or lose it. Pillen nehmen und so die Muskeln zu erhalten, das wäre so ähnlich, wenn Sie viel Fleisch essen, statt Ihre Muskeln zu trainieren. Oder Sie setzen Gehirn auf die Speisekarte, anstatt Ihre grauen Zellen anzuregen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie all das hören? Also ich war ziemlich erschüttert zu erfahren, was nur schlichtes Liegen für dramatische Auswirkungen auf den Körper hat. Nochmal, die Probanden waren kerngesund, jung und sie wurden bezahlt. Keine Erkrankung hat das bewirkt, sondern nur ein einziger Faktor, die Abwesenheit oder bessere Minderung der Gravitation und Bewegung. Was ist jetzt, wenn Ihnen die Bettruhe aufgezwungen wurde durch eine Infektion, eine Verletzung, eine andere Erkrankung? Was, wenn Sie bereits geschwächt waren? Was, wenn Sie nicht in der Blüte der Jugend gestanden haben und Ihre persönliche und emotionale Lage nicht gerade rosig ist? Sie ahnen, der Verlauf ist dann noch schneller, umfassender, noch zerstörerischer. Und jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja, was eigentlich? Ich bin doch gelegen, weil ich mich erschöpft gefühlt habe, weil ich viel zu schwach war, um aufzustehen. Ich es aber nicht geschafft habe. Und jetzt sehe ich, dass ausgerechnet die Therapie, das Ausruhen ziemlich genau zu dem Krankheitsbild führt, das ich eigentlich damit behandeln wollte. Ja, das stimmt. Langes Liegen macht diese Beschwerden nicht besser. Sie werden möglicherweise sogar durch diese Therapie ein Krankheitsbild erzeugen, das ziemlich CFS, Post-Covid oder ähnlichen Beschwerden ändert. Ist dann, könnte man fragen, vielleicht der Großteil der Symptomatik, unter denen erschöpfte Patienten auf die Dauer leiden, einfach Folge des Liegens? Ist das einfach nur Nebenwirkung einer ungeeigneten Therapie? Ich glaube, diese Frage lässt sich so einfach nicht beantworten. Eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Festzuhalten ist, dass nach Wochen oder spätestens monatelangem Liegen ein Zustand vorliegt, in dem sich die Bettruhe, der Abbau und die daraus entstandenen Symptome von der ursprünglichen Symptomatik kaum noch unterscheiden lassen. Ein Teufelskreis ist entstanden, der sich selbst aufrechterhält. Wir wollen jetzt noch ein bisschen auf die Zeiten schauen. Wie schnell geht das Ganze einfach? Wie schnell geht der Abbau und der Aufbau? Wenn ein Gesunder eine Woche lang liegt, können Sie mit einem Muskelverlust von einem halben bis anderthalb Prozent rechnen. Dabei ist der Abbau am Anfang schneller, dann wird er langsamer. Nach drei Monaten sind bis 25 Prozent der Muskeln weg und noch länger können das 50 Prozent sein. Dazu kommen noch die ganzen weiteren traurigen Tatsachen, über die wir vorher gesprochen haben. Doch wie sieht es mit dem Aufbau aus? Sehr viel langsamer. Unter optimalen Bedingungen können junge Gesunde in einem Monat rund ein Prozent der Muskeln wieder aufbauen. Für jede Woche Liegen benötigen Sie also, Faustregel, ein Monat Training. Aber das gilt nur für den Anfang, dann wird das Wachstum flacher. Doch was ist, wenn Sie älter, geschwächter oder krank sind? Jetzt geht es noch mühsamer. Für einen Zuwachs von einem Prozent müssen Sie zwischen zwei und vier Monaten im Fitnessstudio schwitzen. Das Verhältnis von Ab- und Aufbau wird ebenso ungünstig, wenn Sie zusätzliche Krankheiten haben. Also wenn Sie früher Komsport gemacht haben. Und natürlich hängt es davon ab, wie Sie trainieren. Denn bisher sind wir davon ausgegangen, Sie stehen aus dem Bett auf und melden sich im Fitnessstudio an. Wenn Sie aber nach minimaler Anstrengung bereits in eine Belastungsreaktion kommen, dann sind die Trainingsfortschritte natürlich viel, viel geringer, weil Sie gar nicht trainieren können. Daher, es muss das erste Ziel sein, den Abbau aufzuhalten. Mehr ist am Anfang in der Regel nicht möglich. Das kann durch passive Bewegungen geschehen, durch Lagewechselübungen, minimale Bewegungen im Bett, kleinste Übungen, die manchmal nur wenige Sekunden durchgeführt werden können und dann lange Pausen. Gepaart sollte eine Atemkontrolle sein, um nicht ins Hyperventilieren zu kommen und eine zusätzliche innere Beruhigung und Entspannung. Danach beginnt ein super langsamer Aufbau. Kreislaufübungen, Kälte-Wärme-Anwendungen und Übungen eigentlich den ganzen Tag über den Tag verteilt, aber in extrem kleiner Dosierung. Natürlich wird das zu Reaktionen führen. Sie werden diese Belastung spüren. Das ist, wie bei jedem Training, unvermeidlich. Klar, Sie dürfen nicht übertreiben, denn bei Übertreibung droht Rückschlag. Aber es gibt eine andere Gefahr. Die Überschonung. Wenn Sie jegliche Reaktion des Körpers auf eine Belastung vermeiden wollen, dann ist Ihnen der Abbau praktisch garantiert. Eine große Rolle spielen dabei schlechte Vorerfahrungen mit dem Training und die Angst vor dieser Reaktion. Das ist ganz klar ein äußerst heikles Problem, da zwischen der Überforderung und der Überschonung auf nur ein winziger Bereich eine ganz, ganz kleine Spanne liegt. Fassen wir zusammen. Ist lange Bettruhe eine geeignete Therapie, um Erschöpfung zu behandeln? Nein, das ist sie nicht. Bettruhe hat unglaublich viele Nebenwirkungen und da wird sie in der Medizin vermieden, wo immer das möglich ist. Streng genommen müsste Bettruhe wegen der damit verbundenen Risiken verordnungspflichtig sein und nur unter ärztlicher Aufsicht stattfinden. Bedeutet das jetzt zu resignieren? Natürlich nicht. Diese Prozesse sind grundsätzlich reversibel. Sie können das Verlorene zurückgewinnen. Doch jetzt kommt die entscheidende Erkenntnis, das geht nur super langsam. Ja, möglichst noch viel, viel langsamer, als Sie befürchtet haben. Wenn Sie also nach Monaten der Bettruhe mit viel gutem Willen wieder versuchen, auf die Beine zu kommen, werden Sie allein wegen der damit verbundenen Dekonditionierung, das muss nichts mit der Ursprungserkrankung zu tun haben, auf die Nase fliegen. Wenn Sie jetzt auch noch denken, oh, Training scheint es nicht zu bringen, das vertrage ich nicht, dann unterliegen Sie schlicht einem Irrtum. Es ist nur Dekonditionierungswolke. Es wird auf jeden Fall knirschen, bis Sie wieder in die Gänge kommen. Und diese Anlaufgeräusche dürfen nicht mit Krankheitszeichen verwechselt werden. Auch junge Sportler haben Sie das nach langer Trainingspause. Aber das beunruhigt Sie nicht, denn Sie wissen, das ist normal und wird irgendwann weggehen. Was brauchen Sie also für die lange Zeit der Rehabilitation? Unglaublich viel Geduld, sehr viel Hartnäckigkeit, Klugheit, das Training im schwierigen Korridor zwischen Überlastung und Überschonung zu halten und schließlich viel innere Ruhe, um die aufkeimende Verzweiflung immer wieder zu befrieden. Wenn Sie das noch näher interessiert, ein Beispiel für so ein Trainingsprogramm finden Sie auf unseren Seiten unter dem Stichwort Post-Covid-Zwölf-Wochen-Programm. Der Name mag täuschen, viele Betroffene benötigen weit mehr als zwölf Wochen, 24 Wochen und mehr. Es sind eher zwölf Stufen. So, jetzt danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017